Aber jetzt Platz. So, Führungstreffer. Es ist doch nichts zu glauben. Nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand, da sind sie wieder. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sieg am Ende. Glücklicher Sieg, ja. Aber so einen späten Treffer, den musst du halt auch erstmal machen.